A662 Richtung Frankfurt Die zwei Kilometer stoppen halten sich hartnäckig zwischen Spreisbaden Nordenstadt und Wallach Ist der jetzt vorbei? Der Kreuz Ich muss ins Handy kommen Ach, der ist! Ist das ein Blitzer? Jetzt ist er vorbei Sollen wir trotzdem weitermachen? Ja, dann fahren wir mal durch den Norden nach 30 Oder sicher